Zuhause ist noch kleiner, wer uns macht das wirklich nichts aus. Ein Meter fünfzig im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärten hat für Spinat und Kopfverlass, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärten hat für Spinat und Kopfverlass, dann sind wir nie wieder weg. Was sind wir denn? Auf der Buggienwiese. Und das sind unsere Villen. Meine fuhr früher zwischen Königsberg und Aachen. Und meine zwischen München und Stralsund. Da wird sich noch ein Plätzchen für Sie finden. Nein, das geht doch nicht. Was denn? Ich kann unmöglich hierbleiben. Ja, warum denn nicht? Ihre Zimmer im Hotel Priestel bestellen wir einfach ab, ne? Und bis die Schiffskarte einflucht, bleiben Sie eben bei uns. Vogelscheuche! 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 Vogelscheuche, komm mal her! Was ist denn hier? Komm! Das ist Vogelscheuche! Unser Kammerdiener! Unser Hausarzt! Unser Privatsekretär! Unser Steuerberater! Sehr angenehm. Ach, die Woche fängt ja schön an. Vogelscheuche, die Dame ist unser Gast. Wir nehmen dich dem entsprechend, ja? Ja. Na, was geschieht jetzt, meine Herren? Ja, eigentlich müssen wir... Ja, das denk ich auch. ...an die Arbeit, meine Herren. Auf Wiedersehen, mein Gutes. Auf Wiedersehen, mein Bestes. Auf Wiedersehen, Shoujo! Auf Wiedersehen, Shoujo! Du bleibst also jetzt hier bei uns? Ja, ich weiß nicht, Herr Vogel. Sag nur ruhig Vogelscheuche zu mir. Angst brauchst du auch keine zu haben. In Wirklichkeit kommt man mit mir ganz gut aus. D D Vielen Dank.